Es bleibt auch gut bei uns. Beständigkeit, Zuverlässigkeit, Treue. Worte, die scheinbar an Bedeutung verlieren in Zeiten, in denen gefühlt alles höher, schneller und vor allem weitergehen muss. Und gerade bei Paaren ganz oft aus dem Wir ein Ich wird. Und man geht dann eben auseinander. Nicht so bei diesen beiden. Marianne und Michael sind nicht nur in der Volksmusik eine Institution, sondern auch in Sachen Liebe durchaus. Und dass sie auch ein großes Herz haben, beweisen sie bei einem Charity-Golfturnier. Vielen Dank.